Hallo! Willst du dir mal einen Fun Fact sagen? Ja. Ähm. Mein Name Kiyichu basiert tatsächlich nicht auf der Kiwi. Das mit der Kiwi kam erst später dazu, weil mich jeder Kiwi genannt hat, weil keiner meinen Namen aussprechen konnte. Der Name Kiyichu stammt von einem Fisch. Ja siehst du, du heißt sogar wie ein Fisch. Ja, weil ich sie so gerne esse. Nein, es gibt einen, der Kiwi-Fisch, der Kiwi-Fisch ist ein, ist der lateinische Name für einen Fisch, den es nur in Amerika gibt. Der sieht aus wie eine Makrele und ich fand diesen Namen so cool, weil ich ihn in einer meiner Biologie-Kurse hatte, diesen Fisch. Und dann habe ich einen Schuh hinten dran gehangen und dachte mir so, yo, dit nehm ich. Ich bin eine Katze mit einem Namen, der nach einem Fisch ähnelt, das passt doch perfekt. Kiwi hat einfach geklappt. Oha, Kiwi, was ist los? Willst du Stress? Nein, 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 nein. Man kann Kiwi nicht abschlecken, nicht abschlecken und mit einem Meisterball fangen. Da muss man den Stream halt hart klicken. Ja, sieht's aus. Ich bin eine freie Katze. Am Ende des Tages mach dich, was ich will. Nicht, dass der schlauer ist als... Wow, 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 wow. Der ist definitiv schlauer als ich. Guck dir doch sein Riesengehirn an. Nein, 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 gar nicht. Aber ihr vertragt euch, oder? Ja, das ist eine seltene... Also das, was ihr hier seht, ist etwas sehr seltenes. Etwas sehr seltenes, aber es existiert. Eine sehr seltene Symbiose, die man nur so dreimal auf der Welt findet. Kann ich jetzt Fußbilder von diesen Schuhen verkaufen? Funktioniert das so? Nein! Seht ihr diese... Diese Rose? Guck mal, wie sich das zusammensetzt. Das ist so cool, finde ich. Ihr solltet auf die Blube gucken, nicht woanders hingucken. Ihr solltet auf die Blube gucken. Ich warne euch, wehe. Oh, Mann. Ich war müde. Was lernen wir daraus? Trump mit schwarzen Haaren hat die gleiche Frisur wie ein Mafia-Typ. Zufall? Ich denke nicht. Was trinkt man denn da? Bier. Ja, und was kannst du dann äußerlich kriegen? Dann wirst du hässlich. Bier, feit ein Bier, auch Bier, auch! Ja, schon vorbei. Dann wirst du hässlich. Ich mag Fische. Ich mag Fische anschauen. Ich mag mit Fischen spielen. Also mit Sayo. Ich mag Fische essen. Ich mag Fische bestimmen und sezieren in meiner Uni. Ich mag Fische. Ich habe auch tatsächlich schon versucht, mein Handy, zum Beispiel, wenn ich schlafe, irgendwie in mein Gesicht zu legen. Oder unter das Kissen. Oder irgendwo, sodass es vibriert, wenn es der Wecker klingelt. Aber, Leute, habt ihr schon mal versucht, mit eurem Handy kuscheln zu schlafen? Das ist bescheuert. Funktioniert nicht. Das Handy liegt immer sonst da wo am nächsten Morgen. Die ist schwanger und geht ins Krankenhaus. Warum bin ich jetzt schwanger? Warte mal. Chill aber mal. Lass uns nochmal Biologie wiederholen, ja? Sieht die schwanger an? Nicht die Kiei abschleppen. Ich streng mich an, True Darkness. Ich streng mich an, sie nicht abzuschlecken. Aber im Abzuschleppen. Abzuschleppen. Ich will nicht abgeschleppt werden. Abgeschleckt und abgeschleckt? Ich will beides nicht werden.